Megan Rapinoe – One Life Es ist eine Lebensgeschichte, die es in sich hat, auch wenn Megan Rapinoe erst 35 war, als diese Autobiografie herauskam. Denn Megan Rapinoe bewegt, ihr Mut beeindruckt und spannend an. Als Weltklasse-Fußballerin lebt sie offen lesbisch, kämpft für gleiche Bezahlung von Mann und Frau, setzt sich für die Überwindung von Rassismus ein. All dies nicht nur mit Bekenntnissen, sondern vor allem durch Taten. Mit ihrer Klage zusammen mit dem US-Nationalteam gegen den amerikanischen Fußballverband auf gleiche Bezahlung von Mann und Frau, brachte sie sich in offene Konfrontation mit den Mächtigen, die auch über ihre Engagements mitentscheiden. Mit ihrem Kniefall während des Abspielens der US-Nationalhymne aus Solidarität mit dem Football-Spieler Colin Kaepernick, der dies als Erster getan und sogleich Berufsverbot erhalten hatte, riskierte sie unmittelbar ihre Karriere. Und weil sie nie das offene Wort gescheut hat, hat Megan Rapinoe viel von Auseinandersetzungen zu berichten. Doch das Buch ist vor allen Dingen eine Autobiografie. Und so ist all dies eingebettet in die Darstellung von Kindheit und Erwachsenwerden, von Suchen und nicht immer vom Finden des eigenen Platzes. Gerade weil sie dabei sehr zurückhaltend über ihre Liebes- und Beziehungsgeschichten ist, wirkt ihre persönliche Beschilderung sehr authentisch. Wenn sie sich aber in Details über Fußball, Techniken, spielerischen Alltag, das Training, Fehleranalysen geradezu verliert, spürt man die Leidenschaftlichkeit, die sie antreibt. Ein klasse Buch, das neuen Schwung verleiht und auf ganz ungewohnte Weise Begeisterung für Sport vermittelt. Megan Rapinoe. One Life. Eine kleine Begeisterung für Sport vermittelt.